Ja, hi, ich bin der Uwe, ich stehe hier in der Energy Drum Basen, meine Location in Ettlingen für Schlagzeugunterricht und ja, wie ihr seht es hier eigentlich völlig anders als an allen anderen herkömmlichen Musikschulen etc. Eine Location, die gut ausgestattet ist mit einer gescheiten Anlage, mit zwei Drum Sets, mit Keyboards und so weiter, gute Light Shows. Konzept ist Spielen, das heißt aber, dass ich die komplette Backgroundband mache, also mit zwei Keyboards, ich habe eine Loopstation, wer nicht weiß, was ein Looper ist, das heißt, da kann man die Riffs einspielen, dass es richtig authentisch und echt klingt und hier im Synthesizer spiele ich dann die Hammond Sounds, die Soli und so weiter, die ganzen Vocal Parts ein und die Jungs spielen hier am Schlagzeug zu den Songs. Ja, weil Unterricht bei mir heißt nicht, Unterricht, da sitzen, nach Noten, kleine Trommel, Pipapo, wo Unterricht heißt, spielen und da wir hier spielen, haben wir alles Spaß hier, nur so lernt man es und das ist ja das Wichtigste. Die meisten wollen hier Hard Rock spielen, das heißt, auf meiner Website steht von ABBA bis ZAPPA, das heißt, eine ABBA-Nummer geht auch mal, eine ZAPPA-Nummer geht auch mal, Beatles, Stones, alles Deep Purple, Led Saberlin, Black Saber, das sind so die Sachen, die wir hier spielen. Yann Jarrer-Jerrich und Prappa! 2. 3. vais bis bis über Upper 5. 6. 1. 9. 9. 10. 14. Man, 17. יים. Musik Darum geht es beim Musikmachen überhaupt, dass man Spaß hat. Wenn man keinen Spaß hat, macht es keinen Sinn, ein Instrument zu lernen. Insofern, kommt vorbei, guckt es euch an hier. Musik 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 Musik